Ach ja, und hier spackt das Ding gelegen nicht mal rum. Ich hab keine Werkzeuge mehr. Werkzeuge? Hm. Gott, wie viele Werkzeuge ich hab. Ich hab auch viele, jetzt hab ich keine mehr. Ich muss jetzt mal warten, bis welche produziert werden. Jetzt hat gerade die Frameräten abkack. Werkzeugproduktion einschalten. Bauzellen können wir wieder pausieren. Ich pausiere die Sachen immer, weil die dann weniger Strom haben. Oh, SAIT kann ich holen für 10.000. Ich hab aber nur 10.000. Für 10.000 haben wir nur 11. Ja. Ich hab zu wenig. Nee, dann nicht. Kommt mir leid, dann hab ich zu wenig Geld. Erst wenn ich 20.000 hab, meist. So, Kunststofffabriken sind am produzieren. Das heißt, wir müssten eigentlich langsam mal Lifestyle hier bekommen. Wir schon mal los. Oh, nee. Ah, 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 ah. Ich hab die pausiert. Richtig, richtig, richtig. Wieso gehen die jetzt wieder runter? Da haben die keine Kommunikator mehr, natürlich. Nee, das ist das schöner als hier. Ich mach Lifestyle mal aus und lass erst mal so ein bisschen puffern. Ja, muss ich das auch machen. Intelligentes Puffern nennt man das, ja. Ja, weil jetzt würde ich meine... So produziert dann mit dem Beton. Mit meinem Beton, mein Beton produziert. Nee, was ist das für scheiß? Oh, Mann, ich brauch Mikrochips und... Berg? Berg, 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 Berg. Oh, nein, Energieversorgung im Arsch. Also, ich tu dann auch mal rechnen, ne? Mit nem Warenrechner. Hm. Was der so sagt. Wir werden schon mal einen Warenrechner in den App Store eingeben und dann kommt das Ding. Das ist einfach Beste, auch wenn es manchmal am Schluss nicht so ganz logische Auskünfte gibt, aber egal. Vier Fleischwaren, Fabriken brauch ich. So bin ich jetzt endlich bei der Rodriguez, ne? Problanz minus 29. In der Tat. In der Tat. Ich nenne... Suchst du was Bestimmtes? In der Tat. Fünf Fischerei, ich hab nur drei. Gemüse. Gemüse. Registriere Energieknappheit. Energieknappheit, weiß ich. Ich hab schon überall solche Dinge hingebaut. Ich kann gar nichts mehr bauen. So, wir eröffnen jetzt die allgemeine Frage-Runde. Das heißt... Das habe ich schief. Ich stelle eine Frage und Marcel muss antworten. Dann mach. Und zwar frage ich ihn heute, magst du Gemüse? Geht. Oh, einfach nur so. Das ist doch die allgemeine Fragerunde. Die machen wir ab jetzt immer. Nein, ich hasse es. Natürlich machen wir die jetzt. Nein, ich meine hier. Deswegen zwei Blöcken. Oh, Mann. Oh, Mann, ey. Das war auf. Spaß da. Dö, dö, dö. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Ich habe die Musik übrigens mal leiser gestellt, dass ich die notfalls doch noch überquatschen können. Ich hoffe, man hört mich gut. Hallo, hallo. Ist jetzt saft drauf? Ja, doch soll es saft drauf sein. Ich weiß nicht, wie asozial Ubisoft im Moment unterwegs ist. Nicht, dass sie mir was climbten. Da muss ich die Musik rausschneiden. Was heißt, man hört Marcel nicht mehr? Yay. Obwohl ich mittlerweile eine Methode gefunden hätte, dass es geht. Ich meine, es war auch vorher gegangen, bloß die X-Story sagt, nee, ich muss die Audiospur nach vorne ziehen. Ich kann da nicht einfach mit nichts auffüllen. Nicht zu dumm für. Registriere neue Fruchtbarkeit. Oh, registriere neue Fruchtbarkeit. Ja, meine Fruchtbarkeit ist nur so im Arsch. Fick minus 150 Ökobilanz. Kannst du nicht hier rüberkommen und ein bisschen Wetterzokuspokus machen? Nein. Scheiße, das war falsch. Das kommt natürlich nur von meiner Ölfabriken da hinten. Allein die machen schon, boah. Minus 4, minus 4, minus 3. Aber das kann man dann alles ausgleichen. Wir brauchen nur die Ingenieure, dann ist alles gut. So, was heißt? Wir müssen jetzt erstmal nochmal im Warenrechner die richtige Ökobilanz eingeben. Habe ich jetzt 6 T-Plantagen, aber ist ja egal. So, dann Biokostfabriken 3. Ich habe nur 2, minus 6. 4 Aromastoff, 4 Fleischwaren. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay, gut. Kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Da habe ich nämlich schon viel Schwierigeres geschafft. Zum Beispiel 2500 Exekutivs ansiedeln. Das war schwer. Mann. Das ist das Problem, dass ich schon wieder keinen Strom überhaupt... Elektrohersteller... Ich habe keinen Strom über... Nein, Ministerium, ich mache jetzt keinen Auftrag für dich. Ich brauche 3 Grupp-Famin, um 3 Mikrohersteller zu betreiben. Das ist doch gar nicht wahr. Wir erzählten dir sowas. Die App? Ja, die App hat auch Unrecht. Aber eine brauche ich noch. Hm, dann nehme ich mir jetzt mal ein Zeug. Ach, da ist wieder ein Auftrag. Ah, ein Bär in... Ein Bär, okay. Wo kann dieser Bär nur sein? Das ist fast so schwer, wie einen Bär im Urwald zu finden. Da ist er doch. Sehe ich da einen Sieger lächeln? Du ahnst gar nicht, was mir das bedeutet. Oh, 141... Äh, Lizenzen. Ich habe immer noch eine Lizenz, um dir das Zeug zu kaufen, weißt du? Ich habe nicht mal ansatzweise genug Strom, um mein Ding hier zu bauen. Weil es verbraucht nämlich minus 2. Bei 4, ne, 4 mal 2. Sind 8. 3 Stimmen Lebernet. Zwei Werkzeuge fehlen mir. Ich glaube, ich mache die Werkzeugfabriken einfach mal aus. Mehr Werkzeuge. Jetzt könnte es reichen. Ich brauche nur ein paar Ingenieure und dann ist die Sache schon geritzt. Dann benutzen wir nämlich eine schöne Energietechnologie. Gut, also das Einzige, was ich habe, ist drei Bio-Fabriken, ja. Bio-Kost. Bio-Kost. Tivoli. Naja. Die werden das doch verkraften, oder? Stimmt doch doch nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ach ja, ja, stimmt. Hier muss ich ja Platz lassen für das Finanzzentrum. Deswegen ist das so viel Platz. Stimmt. Stimmt. Entschuldigung. Entschuldigung. Alles mein Fehler. Volles Kommando zurück. Dann muss ich mir die Insel da hinten nehmen. Aber erstmal... muss ich mir... meinen Hafen bauen. Den ich natürlich nicht bauen kann. Ich bräuchte jetzt 950 von denen, damit ich mir einen Offshore-Wintrad machen kann. Ist ja die Brüchste wohl, ne? Ja. Oh Mann. Komm, ich kaufe mir jetzt... Ne, ich kaufe sie nicht. Das ist mir... Das ist mir noch zu viel... zu früh. Weil die bringen ja noch nichts, ne? Was? Ja, die... Das ist ja die. Da muss ich die jetzt noch gleichzeitig bauen. Und das ist mir zu viel. Musst du ja nicht. Ja, ich will sie mal nicht kaufen, weil dann vergehen dir das Geld, das ich noch brauche. Und dann halt nicht. Ich mach zu viel Plus. Äh, wenig. So viel ist auch gut. Ich weiß, dass die Fruchtbarkeit belastet ist. So, aber das machen wir dann schon, liebe Eve. Iva. Ivan? Ne, Iva. Gibt's nicht Wall-E? Toch. Das siehst du. Sie wollen zu mir? Werkzeuge. Hast die Eden Initiative also nicht vergessen. Ich habe sie bereits erwartet. Oh, jetzt ist Zeit für die allgemeine Fragerunde. Das heißt, Marcel stellt eine Frage und ich muss sie nicht beantworten. Ähm, ja, was soll ich fragen? Ich will nicht irgendwas. Muss man noch überlegen. Dann überleg mal. Dün, 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 dün. Spiel gespeichert. Speichern. Tolle Wurst. Äh, ich muss dieses scheiß Billingley und hierhin quitschen. Ne, oh, scheiße. Ich mache erst mal nur einen Vierer, weil das reicht. Sie leisten hier wichtige Aufbauarbeit. Direktorin Baines wird erfreut sein. Fragen? Nein, ich kriege keine. Das ist zu wenig Lizenz, um Fragen zu stellen. Ja. Toll. Toll. Ho, ho, ho. Ganz knapp reicht es mir der... Nein, die Örg reicht nicht. Nein, was ist das? Was mache ich jetzt? Nix. Muss, muss jetzt... Jetzt, ähm... Ja, dann... Dann muss ich wohl... ...die aufsteigen lassen, oder was? Da bist du ja wieder. Oh, ich kann mir Lizenz kaufen. Wir werden auf jeden Fall jetzt in diesem Let's Play sowas krankes bauen, sowas richtig krasses. Ich habe null Energie. Ich kann nicht, doch. Wunderschön, Takao. Die Dinger hier sind auf 92% reduziert, weil meine Ökobilanz dermaßen im Arsch ist, weil dieses Zeug hier hinten steht, aber... Immerhin muss ich es nicht importieren, also von dem her. So, ihr wollt Nahrung, ihr kriegt aber keine Nahrung. Tschüss. Was, ich kann 45 Ingenieurhäuser aufsteigen lassen. Ist doch gut. Wie kommen die Stadt aus? Die Stadt ist ja schon viel größer als meine. Marcel hat auch so einen Ring. Der innere Ring sind die ganz reichen, der äußere Ring sind die ganz armen. Ja. Genauso wie ich, und deswegen lasse ich die auch kontrolliert aufsteigen, damit auch keine Leute vermischt werden. Ja, das muss... Hier, ganz... Moment mal, ich habe doch hier Reststoffpresse... Nein, ich will nur einen Scheiß direkt doofen. Beton. Wieso produziert der Beton so langsam? Sonst habe ich immer Unmengen von Beton und jetzt... Mäh. Neue Gebäude zum Bau bereit. Neue Gebäude zum Bau bereit. Warnung. Gesundheitszustand der Bevölkerung kritisch. Hast da gerichtet. Okay, ich muss jetzt auswandern. Energieversorgung mangelhaft ernsthaft? I must go out. Ernsthaft? 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 Dann wäre das Zeit für einen Hafen, ne? Dann stelle ich den hin, dass er gut passt. Ah, ich bin der Hafen gemacht. Dann haben wir das Blöde. Dieses Blöde-Reststoff-Presswerk macht ja gar nix. Es macht nur 65 Prozent, macht nichts. Energiversorgung mangelhaft. Nämlich wie sie. 31, sondern ich bin mal gespannt, wie viel das es macht. 33. ich toll jetzt hat noch bitte gebäude in den einflussbereich schaden aus zur abwendung verfügbar krank ja auch kein krankenhaus da muss es hin registrieren neues sicherheitsgebäude eine ausgezeichnete entscheidung und die Feuerwehr auch noch schön diese bauen können die Nachbarn und die Nachbarn sind ja ganz toll die Nachbarn die sind voll krank die Treiber auch doch er hat eine Nacht vor die Nachbarn ich kann es aber gar nicht machen ich habe zu wenig nachher ich habe zu wenig Strom ganz ehrlich muss ich habe einfach nur zu wenig ich brauche Werkzeuge und wenn ich jetzt noch ein Kohlekraftwerk hinbau dann gibt meine Ökobilanz flöten ich brauche Werkzeuge der Kommerzikwerkzeuge überteuerte Werkzeuge ich brauche kein Kohlekraftwerk noch hin zu doch ich werde mich jetzt dagegen ich gehe auf die Parikaden unzufrieden 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 in meiner Häuser werden krank was hier los unzufrieden 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 und zufrieden aber nicht wollen dann beuge ich mich halt dem Willen des Spiels fachsinn nachher du scheiße was denn ich muss noch ein Kohlekraftwerk hinstellen toll das kann ich dann aber wieder wegreißen wenn du in der Atomkraftwerk hast mh das ist gespoilert man ja und kannst ja rausschneiden ja das weiß ich auch nicht warum du herkommst wenn es dich nicht interessiert ähm zu mir hat er nichts gesagt helfen sie Leute in Seenot im Tretboot in Seenot warte mal was brauche ich denn für diese Dinger da Glas ich habe nicht mal Glasproduktion das ist immer noch kein neues Weltkrieg Tagesgeschehen warte mal ist das da mit dem verbunden ne Alarmfeuerausbruch oh Alarmfeuerausbruch 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 was sind wie viel äh vier ok also so drei dahin ich kanns nicht bauen mir fehlt ein Werkzeug neiiiiiiin ich würd springen ich kanns gar nichts bauen Feuer 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 es brennt alles brennt es brennt alles dreck dann muss ich halt da ich habe so wenig energie und zu wenig und zu wenig jetzt macht das ding also mehr interessant produktivität 80 prozent plus 40 ökobilanz macht das ding jetzt ja diese reststoffpresswerke sind schon ganz gut wenn man die nach so einem layout baut aber jetzt maximal leute drin passiert immer nur nix Werkzeuge fehlen halt dauernd alle Brände gelöscht alle Brände gelöscht solchen Fahrer einschluss sich dann nur bei den ganz großen Gebäuden bei den Exekutivstern das Reststoffpresswerk ich habe jetzt hat den ganzen Einfluss vielleicht von dem von dem Ding voll und dann ja ich habe schon mit dem Schicksal ja 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 ich bin es jedenfalls ich bin es jedenfalls diese Werkzeugfabriken produzieren nichts nix nix gar nix ja nix null nix und nix nager ja warum eigentlich ja keine Ahnung das ist nur ein Werkzeug hihihi der warum eigentlich meine ich will expandieren ich kann aber nicht weil ich keine Wechsel gehabt hihihi cool ich hau grad sinnlos zum Aussteigen Werkzeug raus bis ich keins mehr hab wenn ich keins mehr hab dann drücke ich da auf den Knopf dann kostet es zwar Strom aber das macht nix das ist gut so ein guter Tag zum Sterben so ich weiß die hier unten die sind jetzt in einer Dead Zone von den ganzen Sachen aber die brauchen das auch nicht weil wenn wir später das Monument haben dann ist das sowieso alles erfüllt also von dem her die bleiben dann halt das bleiben eh nur Arbeiter also ob die das jetzt haben oder nicht ist mir eigentlich wurscht ja ich muss mir jetzt Wechsel kommen nix ha geil da bist du ja wieder und wir singen nicht zu laut ein paar Werkzeuge würden schon sein oh Gott brauchst du die Hilfe der Eden Initiative ein paar Jochen wahr mag ja Vielen Dank.